Ich habe mir gedacht, ob ich an dieser Stelle vielleicht ein Gedicht von Günter Grass vorlesen soll. Aber dann habe ich mich doch für Fritz Löhner-Beder entschieden. Der eine hieß Kurt Egon Koden und trug eine Hose von grauem Loden und einen ebensolchen Rock nebst Ruccesack und Pickelstock. Daran erkennt man den Touristen und fast den römisch-katholischen Christen. Der andere hieß Heinz Rotenhain und war ein Mitglied beim Pius-Verein. Er pflegte an Sonn- und Wochentagen einen schwarzen Salonrock zu tragen. Denn erstens ist man würdiger so und zweitens verdeckt er der Füße O. Die beiden sind eine Art von Seelenverwandtschaft und kamen nach dem gewohnten Schema nach Wetter und Kunst aufs Judenthema. All hier begann Kurt Egon Koden und sah mit finsterem Blick zu Boden, Ich finde den Grund zum Judenhasse in der Pauvreté der Rasse. Wie überhaupt und im Allgemeinen die Germanen nur vollwertig erscheinen, während die anderen viel tiefer stehen. Er las gerade den Chamberlain. Es ist das Beste mit Juden und Tschechen jede Beziehung abzubrechen. Der andere versetzte mit ernsten Minen in puncto der Juden. Die Tschechen auf das Entschiedenste widersprechen mit Tschechen. Die sind begabt von Natur und haben eine große Kultur. So zum Beispiel, um klar zu sein, wohnt bei uns in Großwardein. Was? Fiel da Herr Koden ein? Sie sind auch aus Großwardein? Kennen Sie in dieser Stadt vielleicht die Familie Rosenblatt? Herr Rotenhain ward wie Kalk so bleich und antwortete nicht so gleich. Dann aber frug er mit leisem Hohn, Kennen Sie die Familie Kohn? Und da sie einander ins Auge sahen, fingen sie beide zu lächeln an. Zuerst verlegen mit leisem Bangen, dann aber gemütlich und unbefangen und riefen schließlich fast auf einmal, Wem er sich trefft, ihm am Pezzotal. Wem er sich nicht so schnell an? Wem er sich nicht so schnell an? Wem er sich nicht so schnell an? Wem er sich nicht so schnell an?